Herzlich Willkommen zu unserer gemeinsamen Meditation mit dem Ausatmen loslassen. In einer ganz einfachen Anleitung die Spannung im Körper Schritt für Schritt loslassen. Und dabei ist der Atem hilfreich, denn jedes Ausatmen ist nur durch Loslassen der Spannung in den Atemmuskeln möglich. Indem dieses Gefühl auf die Gedanken übertragen wird, entsteht auch noch mehr Stille im Denken. Du kannst dich hinsetzen, bequem, anlehnen, beim Sitzen irgendwie den Kopf abstützen oder dich hinlegen und dafür sorgen, dass dir angenehm warm ist. Und deine Liegeposition oder Sitzposition für die nächsten 10-15 Minuten dich dabei unterstützt, dich wohl und angenehm zu fühlen. Du kannst sanft die Augen schließen oder du lässt sie einen Spalt weit offen, wenn dir das nicht möglich ist. Sorge für Ruhe und dass du in der nächsten Zeit ungestört bist. Deine Position kannst du jederzeit ändern. Also richte dich ein. Schließ sanft die Augen. Und es gibt nichts zu tun. Egal ob du das wahrnimmst, hörst, verstehst, nur Sein. Vielleicht hörst du in deinen Ohren das Nachklingen der Stimmen. Unter anderem Geräusche, die eben noch durch diesen Raum geschwungen sind. Und während du jetzt darauf achten kannst, was noch übrig ist davon und wo es zu finden ist. Und auch noch anderes wahrnimmst, gehst du gleichzeitig deinen Weg, den du immer gehst. Du bist fast vollständig unbewusst, um dich zu lösen von den Dingen des Tages, von seinen Aktivitäten. In einen Bewusstseinszustand hinein, in dem die inneren Bilder wichtiger sind, als die äußeren. Und so kannst du dich in die weiche Unterlage sinken lassen. Und vielleicht spüren, wie deine Glieder sich mit der Schwere hineindrücken in die weiche, warme Unterlage. Vielleicht magst du dich erinnern, an die wirklich guten Gefühle, im warmen Sand zu liegen. Und so konntest du dich auch dort mit dem Ausatmen hinuntersinken, immer tiefer und tiefer hinuntersinken lassen. In die angenehme, schwere und wundige Wärme, dich mit dem Ausatmen tiefer und tiefer hinuntersinken lassen. In die angenehme, schwere und wundige Wärme, mit dem Ausatmen, Spannung loslassen, im Nacken und in den Schultern, mit dem Ausatmen loslassen. An der Wirbelsäule entlang, nach unten, nach unten, die ganzen Rücken spüren. Und beim Einatmen anders, als beim Ausatmen, auf der Matte, im Stuhl, im Sand. Oder im Gras. Mit dem Ausatmen, Wärme strömen lassen. Und die Spannung, am ganzen Rücken, bis hinunter, zu den Füßen, loslassen. Und beim Loslassen, bekommt mehr von deinem Körper Kontakt mit der weichen Unterlage. Kann sein Gewicht abgeben, in den Stuhl, letztlich an den Boden und sich wohlfühlen, dabei. Und mit dem Ausatmen, die Oberschenkel sinken lassen. Und die Knie loslassen. Und die Waden hinunter sinken lassen. Die Füße und die Zehen auch. Und es tut so gut, wenn auch die Zehen die Spannung loslassen dürfen. Inunter sinken, Richtung Boden, Spannung loslassen dürfen, hinunter sinken, Richtung Boden, endlich. Und so können auch die Oberarme sinken, mit dem Ausatmen um die Ellenbogen. Die Unterarme und die Hände. Jeder einzelne Finger darf sich jetzt aushoben. Auch der Kopf sinkt noch ein kleines Stück hinunter. Die Nase darf im Raum hängen, genauso wie es ihr gut tut. Und die Ohren können es auch. Sogar die Haare können sich bequem hinlegen. Mit dem Ausatmen. Diesen und jenen Druck rauslassen. Mit dem Ausatmen. Und die Energie genießen beim Einatmen, die in den Körper strömt. Und dort frische und Kraft verteilt. Und gleichzeitig jede Spannung loslassen dürfen, hinunter sinken, Richtung Boden. Mit ihrer Ausatmung, mit ihrer Ausatmung, endlich dürfen, loslassen. Und wie weh wäre es wohl, wenn man sehen könnte, wie die Gedanken sich freuen. Und wie sie das können, wenn auch sie loslässt. Und mit dem Ausatmen die Gedanken loslassen. Und wie sie tanzen und singen. Und vielleicht auch toben und schreien. Ehe nach Veranlagung. Und irgendwann einfach auch hinunter sinken. Und es dabei genießen, sich loslassen zu dürfen. Mit dem Ausatmen. Mit jedem Ausatmen. Tief hinuntersinken und loslassen. Es dabei genießen. Sich loslassen zu dürfen. Mit jedem Ausatmen. Und mit dem Einatmen entsteht Neues. Zuerst unsichtbar. Heilt die Atemenergie Körper und Seele. Fördert Ideen und Lösungen. Während sie frische verbreitet. Dies, aber auch jeden Druck noch zusätzlich rauslassen. Mit dem Ausatmen. Alles loslassen. Mit jedem Ausatmen. Und einfach auch hinuntersinken. Und es dabei genießen. Sich loslassen zu dürfen. Mit dem Ausatmen. Einfach ganz ruhig und entspannt. Mit dem Ausatmen. Mit dem Ausatmen. Mit dem Ausatmen. Mit dem Ausatmen. ặc Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020